Hi, Andrzej hier für Tabletblog.de. Ich bin wieder am Stand von Asus auf der Computex hier in Taiwan. Und vor uns haben wir ja jetzt das Asus PhonePad 7, die genaue Modellnummer ist, in diesem Fall FE375CG. Und das ist, wie ihr seht, ein 7-Zoll-Tablet, mit dem man typisch PhonePad eben auch telefonieren kann. Das heißt, Asus möchte, dass ihr hier mit eurer Smartphone entsetzt. Und eigentlich möchte ich genau so ein Gerät haben und darum wollen wir uns das Tablet jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Erstmal, wir haben hier ein 7-Zoll-großes IPS-Display. Das hat eine Auflösung von 1280x800 Pixel. Sieht auch ziemlich schick aus. Natürlich keine Full HD-Auflösung, aber auf 7-Zoll ist 1280x800 immer noch in Ordnung. Denn die Pixel-Dichte ist hier auf jeden Fall, wie gesagt, noch in Ordnung. Deutlich besser als bei 10-Zoll-Tablets mit der gleichen Auflösung. Toll ist, dass hier so ein Anti-Finger-Print-Coating drauf ist. Das bedeutet, dass ihr hoffentlich nicht ganz so viele Fingerbrücke auf dem Display sehen und dann wieder entfernen müsst. Hier drin steckt jetzt ein Intel Atom Z3 560 Quad-Core-Prozessor, der bei bis zu 1,83 GHz traktet. Den haben wir schon in einigen Tablets von Asus gesehen, wie beispielsweise dem MemoPad 7. Gut, gehen wir mal ein bisschen um das Tablet herum. Wir haben hier oben eine Frontkamera. Die löst mit 2 Megapixel auf. Dann eben das 7-Zoll-Display hier. Hier unten ein Asus-Logo. Oben und unten sind jeweils Lautsprecher, aber natürlich auch der normale Kopfhörer, denn man soll damit ja auch telefonieren können. Unten haben wir dann einen Headset-Eingang und ein Mikrofon. Auf dieser Seite haben wir einen Power-Button, eine Lautstärkewippe. Oben sitzt dann ein Micro-USB-Anschluss. Und an der Seite haben wir so eine Klappe, die wir hier aufmachen können. Und dort können wir dann die SIM-Karte, aber eben auch eine Micro-SD-Karte unterbringen. Auf der Rückseite haben wir eine 5 Megapixel-Kamera. Das finde ich immer ein bisschen schade, denn ich wünschte mir, dass Asus bei den Homepads auf deutlich bessere Kameras setzen würde. Okay, der Preis wird hier sehr niedrig sein. Aber trotzdem, wenn man ein Handy mit einem Tablet ersetzt, dann braucht man hinten eine gute Kamera und am liebsten mit einem LED-Blitz dazu. Sonst gefällt mir die Rückseite hier ausgesprochen gut. Ich hatte eben nochmal das Memo-Pad 8 in der Hand und das eine Glossier-Rückseite hatte. Das hier ist so eine eher weiche Kunststoff-Rückseite. Erinnert mich ein bisschen an das Google Nexus 7. Das aktuelle, das ja auch von Asus produziert wird. Und das fühlt sich auf jeden Fall gut an. Nicht nach billigem Plastik und man sieht eben auch Fingerabdrücke nicht so einfach. Hier drauf läuft natürlich Android 4.4 KitKat. Wie auf allen aktuellen Tablets, die Asus hier vorstellt. Und wie immer wurde das so ein bisschen angepasst. Hier haben wir diese vereinte Benachrichtigungs- und Einstellungsleiste. Und eben die klassischen Apps von Asus wie Supernode und so weiter, die sind alle hier vorinstalliert. Sonst haben wir hier drin noch 1 GB Arbeitsspeicher. Und je nach Version 8 GB bis 16 GB internen Speicher. Die günstigste Version kommt dann natürlich mit 8 GB. GPS ist dabei, 3G wie gesagt ist natürlich dabei. Man kann damit telefonieren. Das Gewicht liegt bei 299 Gramm. Und es ist nicht gerade dünn, 9,8 mm. Das sieht man auch. Aber wie gesagt, der Preis dürfte dafür letztendlich, wenn es auf den Markt kommt, recht günstig ausfallen. Das ist ein schnelles Hands-On mit dem Asus PhonePad 7 FE375CG. Ich bin André für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin André für tabletblog.de. Ich bin André für tabletblog.de. Ich bin André für tabletblog.de. Ich bin André für tabletblog.de.